Herr Kast, vielen, vielen Dank an Sie für diesen sehr, sehr interessanten Vortrag über das Thema Führung. Die Teilnehmer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen jetzt im Plenum zu stellen, können eigene Fragen formulieren, können auch die Fragen anderer Teilnehmer gerne ranken, sodass wir auch einen Überblick darüber haben, welche Fragen großes Interesse erzeugt haben. Dafür geben wir den Teilnehmern ein bisschen Zeit, aber um die Zeit zu überbrücken, würde ich Ihnen noch ganz gerne eine Frage stellen, Herr Kast. Sie haben ein Beispiel der Firma Trumpf genannt und was die Entwicklung von Führungskultur auch in anderen oder im allgemeinen Kontext bedeutet. Können Sie ein paar Erfolgsfaktoren nennen, die die Unternehmen, Sie haben ja sicherlich schon einige kennengelernt und Führungskulturentwicklung begleitet, können Sie ein paar Erfolgsfaktoren nennen, die die Unternehmen gemeinsam hatten, wo sich die Führungskultur weiterentwickeln konnte hin zu einer zukunftsorientierten Führungskultur? Ja, der Zufall will, dass ich gerade heute Morgen in so einem Unternehmen war. Wir haben über die Xing-Gruppe Freiburg heute Morgen einen Ausflug gemacht in einen der größten Lebensmittelmärkte hier in der Region. Das ist der Edeka-Markt Hieber. Die haben sieben Standorte, 1300 Mitarbeiter und der Senior-Chef 82, der das Unternehmen gegründet hat. Bei Edeka ist es ja so, es ist eine Genossenschaft, das sind alles selbstständige Märkte. Der hat heute Morgen Rede und Antwort gestanden der Gruppe und der hat, glaube ich, sehr klar gemacht, dass er von sich, aber auch von seinen Führungskräften eindeutig fordert, Vorbild zu sein. Und Vorbild zu sein heißt, wirklich selbst anzupacken, für die Mitarbeiter da zu sein, Fragen zu stellen, Zeit zu haben für Mitarbeitende und damit Wertschätzung auszudrücken. Und diese möglicherweise etwas altbacken daherkommenden Aussagen basieren halt auf Tugenden und diese Tugenden haben noch nichts von ihrem Wert verloren und die werden, siehe meine letzte Folie eben im Vortrag, sicherlich Bestand haben. Aber ein anderes Beispiel, auch sehr modern. Ich habe von dem Thema Führung auf Zeit gesprochen. Ich habe die Firma Haufe Umantis, glaube ich, schon erwähnt. Umantis war eine Ausgründung aus der Universität St. Gallen. Wir haben Software produziert und eines Tages kamen die Mitarbeiter selber auf die Idee zu sagen, mit unserer Individualsoftware werden wir so auf Dauer nicht überleben können als Firma. Wir brauchen eine Standardsoftware. Und daraus ist die Talentmanagement-Software entstanden, die Umantis auch unter anderem bis zum heutigen Tag anbietet. Und von diesem Erlebnis her hat der Hermann Arnold, Gründer der Firma Umantis, gesagt, ich muss einfach feststellen, ja, Mitarbeiter bessere Ideen als ich. Und hat sich daraufhin aus eigenem Entschluss aus der Führung des Unternehmens, aus der operativen Führung zurückgezogen. War ja selber Gründer des Unternehmens, ist dann Chairman geworden. Und eines Tages wiederum kamen die Mitarbeiter und haben gesagt, ich glaube so, wir als kleine Firma wären, glaube ich, gut beraten, uns einem größeren Verbund anzuschließen. Und dann haben die Mitarbeiter mit entschieden im Auswahlprozess, in welche Unternehmensgruppe man einsteigt. Und dann ist es Haufe geworden. Und so ist die Entwicklung dazu gekommen, dass Umantis heute eine Firma Haufe Umantis ist, wo die Mitarbeiter ihre Führungskräfte auf Zeit wählen. Und der jetzige CEO des Unternehmens, der Marc Stoffels, der ist halt jetzt schon auch fünfmal von den Mitarbeitern wiedergewählt worden. Es kann aber auch passieren, dass jemand nicht wiedergewählt wird als Führungskraft. Also das sind Entwicklungen, die sehe ich stark in der Softwarebranche in vielen Unternehmen an, die diese neuen Wege der Führung und Zusammenarbeit gehen mit Führungskräften, die einfach die Souveränität haben, mit dieser Entwicklung noch umzugehen. Das mal soweit zwei Beispiele, die mir dazu gerade aktuell einfallen. Passend, dass Sie da gerade heute Morgen schon eins wieder erleben konnten. Jetzt sind auch mittlerweile auch ein paar Fragen im Plenum gestellt worden, die auch schon gegenseitig bewertet wurden. Da fangen wir mit der obersten an oder mit der ersten an. Wie sieht die konkrete Übertragung im Praxisalltag aus? Ja, ein Beispiel habe ich schon genannt, dass die Führungskraft selber den Entschluss zieht, sich zurückzuziehen und eine Führung auf Zeit basiert. Also Mitarbeiter wählen die Führungskräfte. Eine andere, sehr praktische, habe ich im Teil 1 geschildert, dass wir nicht nur flexible Arbeitszeiten einführen, sondern ein Konstrukt der lebensphasenorientierten Arbeitszeiten generieren, indem die Mitarbeitenden Zeit ansammeln können, Zeit dann in Geld umwandeln oder auch Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld in Zeit umwandeln und damit auch sich die Chance bewahren oder erarbeiten, besser gesagt, drei Monate, sechs Monate Auszeit zu nehmen. Und wir wissen aus allen Fällen von Sabbaticals, dass die Mitarbeitenden in der Regel als Mitarbeiter besser zurückkommen als vorher, weil diese Zeit auch eine Menge neuen, neuer Ideen produziert hat und eine andere Sichtweise aus Arbeitsverhältnissen, meistens eine positive mit sich bringt. Oder die Thematiken Mentoring und Coaching. Also Mentoring kann ich sofort in jedem Unternehmen einführen, indem ich im ersten Schritt mit Hilfe der Personalabteilung, vielleicht auch mit Hilfe von externen Mentoren ausbilde im Unternehmen. Das ist jetzt nicht so Rocket Science, das zu tun. Das geht auch relativ schnell und diese Mentoren andere Führungskräfte zusammenbringen, um über Führungsthemen aktuell im Unternehmen nachzudenken und konkrete Lösungsvorschläge zu erarbeiten in einem Zeitraum, der einmal im Monat von so einer Gruppe mit zwei, drei Stunden am Nachmittag in einer Teamsitzung absolviert wird. Und dann wird man nach drei Monaten auch ein Ergebnis haben. So eine Gruppe wird natürlich am Anfang unterstützt. Ich sagte es von der Personalabteilung oder von externen Beratern, aber dann laufen die das, lernen die das Laufen selbst. Und das produziert einen großen Erfolg für das Unternehmen. Also das sind alles praktische Beispiele, wie man je nachdem, was zum Unternehmen passt, anfängt. Man wird ja so ein ganzes Programm, wie ich es hier vorgestellt habe, nicht alles auf einmal einführen. Man sucht sich die Themen aus, die jetzt am dringendsten sind und die am besten zum jeweiligen Unternehmen passen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Bitte die Frage vielleicht nochmal an denjenigen, der sie gestellt hat, ob die Frage damit beantwortet ist oder ob er noch konkrete Beispiele zum konkreten Thema möchte. Da können Sie als Teilnehmer dann solche Kommentare sonst auch einfach als Frage formulieren und dazuschreiben. Das können wir dann ja schon einordnen, wenn es da noch Nachfragen gibt. Da würde ich auch sonst schon zur zweiten Frage übergehen. Und zwar würden Sie sagen, dass Führungskräfte in wissensintensiven Berufen eher offen für solche Führungsmodelle sind als andere Führungskräfte? Das würde ich unterschreiben, ja, weil die Souveränität in der Wissensarbeiterschaft, in Anführungszeichen, glaube ich, größer ist. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass man, dass das wissensintensive Berufe in der Tat wissen, wie komplex Wissen ist, wo es überall herzuleiten ist, was man alles tun muss, welche Quellen man anzapfen muss, um zu gemeinschaftlichem Wissen zu kommen, was ein Einzelner gar nicht leisten kann. Und deswegen, glaube ich, ist die Bereitschaft zum Netzwerken dann sehr groß und damit auch die Bereitschaft, Wissen zu teilen. Und wer Wissen teilt, teilt in der Regel auch Macht. Insofern haben wir hier eine völlig andere Führungskultur in der Regel in wissensintensiven Berufen. Das ist ja das Schöne an der Gesamtentwicklung in Deutschland, dass wir immer mehr in die wissensintensiven Spektren uns auch hin entwickeln. In dem Zusammenhang habe ich, da möchte ich ganz gerne noch eine persönliche Frage hinterherstellen, in dem Zusammenhang habe ich vor kurzem ein Ticket gelesen, dass es neben dem Fachwissen auch immer wichtiger wird für eine Führungskraft, auch Allgemeinwissen. Da ging es dann auch um Kultur, Kunst, Politik, gesellschaftliche, soziale Themen. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Also ich habe an einer Stelle oder vielleicht sogar an mehreren Stellen in meinem Vortrag darauf hingewiesen, gerade beim Thema transformationale Führung, dass die Mitarbeitenden sich stärker denn je auch Impulse erwarten. Eine inspirierende Führungskraft, eine Führungskraft, die auch Begeisterung vorlebt. Und das sind natürlich dann auch Führungskräfte, von denen man erwartet, dass sie nicht nur Fachthemen platzieren können, sondern dass sie breiter aufgestellt sind in ihrer gesamten persönlichen und sozialen Kompetenz. Und insofern glaube ich, wäre es durch die Bildung von auch agilen Strukturen in den Unternehmen auch wichtig, dass nicht immer nur die gleichen Leute mittags essen gehen, auch mit ihrer Führungskraft. Das erlebt man ja in vielen Unternehmen. Da gehen dann die Bereiche geschlossen, mit Führungskraft zu messen. Und dann ist es, glaube ich, sinnvoll, dass mich da über andere Dinge unterhält. Und wenn das schwierig wird, dann bieten gerade multiple aufgestellte Organisationen, Organisationen, die sich in den Bereich der Agilität hineinbegeben, auch die Chance, mit alternierenden Leuten, alternierenden Teams, einfach zusammen zu sein. Und auch das ist natürlich eine Chance, zum Thema Wissen teilen und dadurch andere Gespräche führen. Lassen Sie mich an der Stelle noch kurz das Beispiel Bosch zum Thema Wissensteilung auch anführen. Bosch hat ja dieses Working-Out-Loud-System im Bosch-Konzern installiert. Working-Out-Loud heißt nicht laut im Sinne von laut oder leise, sondern Dinge sichtbar machen, Dinge transparent machen. Und im Bosch-Konzern ist es initialisiert durch die Personalentwicklung möglich, dass sich fünf Mitarbeitende in einem Lernforum über eine Plattform vernetzen, gesteuert, unterstützt durch die Personalentwicklung. Und jeder Mitarbeiter sein individuelles Lernthema in diese Plattform einkippt. Und diese fünf Damen und Herren, die dann zusammenkommen als Lernteam, jeder den anderen an dessen individuellem Lernziel unterstützt, Wissen teilt und gemeinschaftliches Wissen teilen, ist halt eine Duplizierung von Wissen. Und so arbeitet der Bosch-Konzern daran, Wissen über alle Ländergrenzen hinweg miteinander zusammenzubringen und zu vernetzen. Und das wäre vor fünf Jahren sicherlich in Deutschland in einem großen Konzern noch so nicht möglich gewesen. Warum macht man das? Weil man erkannt hat, in dieser digitalen Welt des zunehmenden Informationsflusses, der zunehmenden Informationsgeschwindigkeit, ist der Einzelne nicht mehr in der Lage, das alles aufzunehmen. Wir brauchen alle Unterstützung voneinander miteinander, im Lernen und im Arbeiten, um überhaupt noch diesen sich schnell wechselnden Anforderungen gerecht zu werden. Deshalb ist das auch wiederum so ein super Instrument einer agilen Methodik, wie man das dann miteinander stemmen kann. Spannend. Übergang zur nächsten Frage an dieser Stelle. Fachkraft zu Führungskraft. Heißt das, dass mehr Zeit für interne und externe Führungsnetzwerke aufgewendet werden muss? Als Anmerkung dazu, das widerspricht der zunehmenden Belastung durch Arbeitsverdichtung. Wie löst man diesen Konflikt? Ich habe ja nur die Forderung aufgestellt, dass wir diese unterschiedlichen Karrierepfade, so nenne ich es mal, oder Entwicklungswege anbieten, damit ich als Führungskraft auch wechseln kann in eine Fachaufgabe oder eine Projektaufgabe und vice versa. Mit dieser multiplen Angebotssituation von Entwicklungswegen im Unternehmen werde ich ja genau den Anforderungen auch der Mitarbeitenden gerecht, die damit wählen können, wie lange sie sich in einem bestimmten Thema sehen und ist das dann verbunden mehr mit einer Führungs- oder mehr mit einer Fachaufgabe. Ich glaube, es erleichtert sogar das Arbeiten der Mitarbeitenden und der Führungskräfte untereinander und miteinander, wenn es hier einfach mehr Möglichkeiten gibt und gerade in technologisch geprägten Unternehmen, jetzt zum Beispiel Softwareunternehmen oder Werkzeug- und Maschinenbauunternehmen, Maschinenunternehmen in der Automationsbranche, die sind darauf angewiesen, dass sie ihren Mitarbeitenden auch im Zuge der immer mehr gekürzten Führungshierarchien auch andere Entwicklungswege anbieten. Also insofern ist es wirklich eher positiv gemeint, zum Vorteil der Mitarbeiter, dass ich hier mehr Auswahl habe, mich im Unternehmen zu entwickeln. Passend zu meinen Fähigkeiten. Okay, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Da passt auch die Frage, die hat sich jetzt hier auf Platz 1 mit drei Stimmen gesetzt noch. Braucht es ein Mindset-Qualifikationsniveau, damit neue Modelle Akzeptanz finden? Braucht es ein Mindset-Qualifikationsniveau? Das ist schon schwierig ausgedrückt. Ja, ich glaube, auf alle Fälle brauchen wir eine andere Haltung. Das ist aus meinem Vortrag, glaube ich, klar geworden zum Thema Führung. Das Mindset muss sich dahingehend verändern, dass ich als Führungskraft nicht mehr alles wissen muss, dass das aber deswegen mich nicht als Führungskraft schlecht macht, dass es im Gegenteil erforderlich ist, dass die Unternehmen mehr Wert legen auf den Mindset Führung. Kann das jemand? Will das jemand? Und auch schon große Qualitätsmaßstäbe anlegen, überhaupt bei der Auswahl der Führungskräfte. Und dass das auch im Unternehmen betont wird als einen großen kulturellen Push der Veränderung, dass es eben auch nicht mehr reicht, eine gute Fachkraft zu sein und Führungskraft zu werden, sondern dass man mehr und mehr Unterstützung den Führungskräften geben muss, eine gute Führungskraft zu sein. Und das ist eine sehr enge Begleitung und deswegen spielt ja das Thema Mentoring und Coaching da auch eine große Rolle. Damit ich in einer engen Begleitung einer Führungskraft bin, beispielsweise einer jungen Führungskraft, die frisch in der Führung ist, da werde ich nur über Seminare nichts erreichen. Ich muss näher dran sein und ich brauche vor allen Dingen auch ein Mindset, das nehme ich gerne mal auf, der Führungskräfte, dass sie sich als Mentor und Coach ihrer Mitarbeitenden verstehen. Das wäre für mich der größte Wunsch nach Veränderung und dazu sollten sie mit Mentoren und Coaching Tools auch ausgebildet sein, so Führungskräfte. Dazu passt genau die nächste Frage, die ich aus dem Plenum stellen möchte und zwar, wie kann ich aus dem HR heraus klassischen Führungskräften dabei helfen, die neue Welt zu verstehen und sich auch als neu denkende Führungskraft mit einem anderen Mindset in diese einzubringen? Ja, da gibt es, glaube ich, sehr vielfältige Möglichkeiten. Ich würde zum Beispiel das Thema Führungskultur als Thema einer internen Führungsakademie groß an erste Stelle setzen und ich würde diese Führungsakademie mir von meinem Vorstand, meiner Geschäftsführung abnicken lassen mit den verschiedensten Instrumentarien, damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, das soll jetzt alles nur viel Geld kosten. Ich würde wirklich ganz stark daran arbeiten, mir mal externe Vorbilder anzuschauen von Führungskräften, die lade ich mal ins Unternehmen ein und gehe mit denen in den Diskussionsdiskurs. Ich propagiere ganz stark das Thema Peer Mentoring über im Unternehmen befindliche Führungskräfte, die heute schon, auch aus der Sicht von HR, richtig klasse Führungskräfte sind. Die würde ich mir auch, die würde ich auch fragen, ob die Interesse hätten, mal solche Peer Mentoring Gruppen zu moderieren, wo ich dann auch klassische Führungskräfte mit reinnehme, die gemeinsam an neuen Führungsmethoden, Instrumenten arbeiten. Und was ich für total meine, Entschuldigung, wichtig halte, ist, dass wenn wir an Führungsmethodiken arbeiten, brauchen die Führungskräfte Unterstützung derart, dass ich sage, okay, das ist jetzt unser Leitbild Führung beispielsweise und dieses Leitbild Führung, zum Beispiel, wir wollen vertrauensvoll miteinander arbeiten. Mit welchen Instrumenten bediene ich denn diese Forderung, dass wir vertrauensvoll miteinander umgehen und zu welcher Maßnahme führt das dann? Also beispielsweise, wenn ich sage, wir wollen vertrauensvoll miteinander arbeiten, dann ist das zum Beispiel das Führungsinstrument, ich habe Zeit für meine Mitarbeiter erstens und stelle mich auch einer Gruppendiskussion einmal im Monat mit meinen Mitarbeitenden, wo zwei aus dem Team mir meine Führungshaltung spiegeln. Es hat ja nicht jeder Einzelne den Mut, das immer direkt dem Vorgesetzten zu sagen, aber wenn zwei aus der Gruppe quasi so ein Meinungsbild sammeln und das dem Vorgesetzten der Führungskraft spiegeln, dann habe ich dieses Instrument so gespielt, dass ich auch das Ziel vertrauen umsetzen kann. Das wäre dann auch gleichzeitig eine konkrete Maßnahme, dass ich alle paar Wochen so ein Führungsfeedback organisiert über die Gruppe an die Führungskraft herangebe. Nur mal als Beispiel. Also es muss konkret operativ gemacht werden, damit wir auch zu einer Umsetzung von dem Anspruch kommen, eine andere Führungshaltung ins Unternehmen einzuführen. Da passt auch eine ergänzende Frage auch noch ganz gut dazu, die gerade noch dazu gestellt wurde, und zwar Ihre Empfehlung zum Austausch zwischen Führungskräften über Führungsthemen heißt, es muss dafür zeitlich Ressourcen geben. Hier sehe ich wieder den Widerspruch zu der zunehmenden Arbeitsbelastung. Also es scheint wirklich im Plenum doch die Problematik da zu sein, dass sie viele sagen, aufgrund der Arbeitsverdichtung bleibt für diese Bereiche der Führungskräfte Weiterentwicklung, der Kulturentwicklung wenig Zeit neben dem operativen. Ja, und das ist gleichzeitig richtig und natürlich auch gleichzeitig falsch, ja, in Anführungszeichen falsch, weil wenn ich dieses Führungsthema als für so wichtig erachte, dass ich es ändern muss, auch von dem Hintergrund, wie sich die Welt verändert und welche Führung ich im Unternehmen brauche, um mit dem Unternehmen an seinen Zielsetzungen gut aufgestellt sein, dann muss ich mir dafür die Zeit nehmen. Aber heute sehen wir ja auch, dass klassischerweise Führung gelehrt wird über Führung und Schulung. Und mein Ansatz, das über zum Beispiel Peer-to-Peer-Mentoring zu machen, ist letztlich für das Unternehmen sogar Kosten- und Zeitsparende, weil die Führungskräfte mit Hilfe von Human Resources oder externer Beratung an ihren eigenen Führungsthemen arbeiten, genauso unterstützt mit Ziel der Führung, Instrument der Führung, Maßnahmen zur Umsetzung der Führung, sodass es dann letztlich wirkungsvoller wird in der Umsetzung im Unternehmen. Und das ist eigentlich mein Ansatz. Das Unternehmen spart Zeit. Die Führungskräfte lernen viel schneller, wirksamer zu werden in der Führung, wenn ich konkret und auch operativ, aber unterstützt durch Fachexperten in der Führung an diesem Thema arbeite. Gleichzeitig werden die Führungskräfte, in meiner Erfahrung, ein anderes Commitment zur Führung haben, wenn sie selber an den Themen arbeiten können, die sie auch bewegen. Da passt auch perfekt eine Frage aus dem Plenum noch, die jetzt auch mit einem weiteren Kommentar noch kommentiert wurde und zwar, wie und wo können denn Erfolge messbar gemacht werden? Weil auch aus dem Plenum dann kam, Messbarkeit sichert Akzeptanz, gerade wenn es auch um die Unterstützung des Managements geht. Ja, das ist total wichtig, dass das messbar gemacht wird und messbar, könnte man es zum Beispiel auch dahingehend machen, an dem einen Beispiel von eben festgehalten, gibt es solche Teilnehmerfeedbacks, Mitarbeiterfeedbacks regelmäßig aus den Gruppen, aus den Teams heraus an die Führungskräfte. Wird das zum Beispiel im Unternehmen durchgeführt? Da könnte man allein schon die Verlangs und Anzahl der Meetings zum Anlass nehmen, wie oft es denn passiert. HR könnte das ja begleiten, von daher auch prima messen. Wir können natürlich auch klassisch eine Befragung machen bei den Mitarbeitern, wie Führung im Unternehmen wirkt. Das ist oftmals sogar im Rahmen einer allgemeinen Mitarbeiterbefragung denkbar. Viele von den Teilnehmern werden wahrscheinlich Great Place to Work kennen. Da wird die Führungsfrage gestellt, da wird auch die Führungsqualität gemessen und zwar auf den einzelnen Organisationsebenen. Und drittes Thema, ich würde auch die Rückmeldungen von Mitarbeitenden zu ihren Führungskräften sehr ernst nehmen, die da ja auch an Betriebsräte oder auch an die Personalabteilung kommen. Das ist ja auch eine Art von Rückmeldung im Erfolg oder Misserfolg. Und dann ist es unserer Glaubwürdigkeit als Top-Führung und Führungskräfte im Personalwesen angelegen, dann auch Maßnahmen zu ergreifen. Ja, nur mal als mehrere Beispiele zur Messung und dann aber auch zum Ansetzen von Maßnahmen zum Thema Führung. Ein Führungsbaometer zum Beispiel zu erstellen über eine anonyme Abfrage nur auf das Unternehmen gezielt im sogenannten Führungsradar einführen. Das ist auch ein Instrument, das man einsetzen kann in einem Unternehmen, wo man eine kurze Ad-Hoc-Umfrage an die Mitarbeitenden gemacht zum Thema Führung in verschiedenen Dimensionen. Man muss sich das wie so ein Spinnennetz vorstellen, wo man Soll-Anforderungen an die Führung hat und das dann im Ist auch messbar machen kann. Das ist relativ fix und völlig unbürokratisch auch zu machen. Also es gibt da XX Methoden und Wege, um es zu messen. Aber ich kann nur dazu raten, ganz im Sinne der Teilnehmerfrage, das würde ich auch empfehlen, dieses zu tun. Ja, so dass Feedback auch mehr als eine Einbahnstraße wird und dann insbesondere, was Sie auch ansprachen, dass Feedback dann auch umgesetzt und genutzt wird, anstatt einfach nur im luftleeren Raum zu belassen. Eine sehr, sehr interessante Frage, die auch schon im Plenum gestellt wurde, möchte ich Sie gerne fragen. Sie sprachen im Zusammenhang mit Führungskultur an, dass Unternehmen nicht nur selbst gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, sondern auch ihren Beschäftigten ermöglichen, sich aus dem Unternehmen heraus zu engagieren. Wie kann ich das im Unternehmen unterstützen beziehungsweise meine Mitarbeiter dazu motivieren? Ja, ich will ein Beispiel geben. Ich habe das selber schon mal gemacht. In meiner früheren Zeit als Personalleiter in einem großen Unternehmen haben wir mal alle Mitarbeiter eingeladen, die in Vereinen engagiert sind, beziehungsweise wir wussten es ja nicht, wer in einem Verein tätig ist. Dann haben eine allgemein anonyme Abfrage über den Aushang ins Unternehmen gemacht oder Intranet und haben gefragt, wer ist in einem Verein tätig mit sozialer Ausrichtung oder gesellschaftlicher Ausrichtung oder mit bildungspolitischem Engagement und wer hat Lust mit uns mal ins Gespräch zu kommen als Leitung des Unternehmens und mit uns mal diskutieren will, wie könnten wir Mitarbeiter in der Wahrnehmung ihrer Ehrenämter unterstützen, sofern das von den Mitarbeitern überhaupt gebeut ist, dass wir das erfahren und sie auch da die Hilfestellung des Unternehmens haben wollen. Und dann haben wir so ein Auftakt-Meeting gemacht mit den Mitarbeitenden aus verschiedenen Gruppierungen und die haben uns dann auch ihre Vorstellungen geschildert, was sie machen und uns dann auch gesagt, wenn es wünschenswert wäre, eine bestimmte Ausrichtung, in der sie unterwegs waren, zu unterstützen. Und das mussten wir dann natürlich mit dem Unternehmenszweck in Übereinstimmung bringen. Ob das geht und haben uns da in jedem Einzelfall auch geprüft und gegebenenfalls bereit erklärt, diese ehrenamtliche Tätigkeit des Mitarbeiters entweder mit einer Spende zu unterstützen oder Sponsoring des Unternehmens, je nach Fallgestaltung und auch den Mitarbeiter natürlich in der Wahrnehmung seines Ehrenamts zu unterstützen. Was konkret heißt, wie viel Zeit braucht jemand dafür? Und was ist denn möglicherweise der Sinn für das Unternehmen? Das muss man sich nämlich jetzt auch fragen, weil ehrenamtlich tätige Mitarbeiter sind in der Regel sehr engagierte Leute. Und da müsste ich als Unternehmen eigentlich ein ureigenes Interesse daran haben, solche Leute zu unterstützen, weil das sind meine Werttreiber mit im Unternehmen. Deswegen ist es auch aus Unternehmenssicht höchst sinnvoll zu wissen, erstens, wer ist das? Wer will sich da orten? Und zweitens dann auch Unterstützung zu bieten für die Wahrnehmung dieser ehrenamtlichen Tätigkeit. Also zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen schlagen. Auf jeden Fall. Da fällt mir noch eine alte Anekdote von meinem Professor vor einigen Jahren ein, der sagte, Sie hatten einen wunderbaren Gabelstaplerfahrer im Lager, der in seiner Freizeit als Ehrenamt den ganzen Verein gemanagt hat, aber wirklich gesagt hat, ich möchte mal auf meine Arbeit nicht so viel Verantwortung übernehmen. Und so kann es dann halt auch sein, wenn man das Engagement oder nicht ins Unternehmen bekommen kann. Mit einem Blick auf die Uhr würde ich gerne noch eine Frage nehmen und dann langsam zum Ende kommen. Und zwar die letzte Frage, die hier noch weit oben gerankt ist, ist, was braucht es Ihrer Ansicht nach, um auch in Produktionszusammenhängen, also beispielsweise am Band, neue Führungsmodelle erfolgreich einzusetzen? Also ich habe selber mal Personalleitung in einem Produktionsunternehmen inne gehabt und wir sind dann mit Gruppenleitern in der Produktion oder auch mit Meistern konkret in Schulungssituationen hier reingegangen, die sie an ihrem Arbeitstag erleben und haben dann solche konkreten Vorfälle aus der Organisation als Führungsthema besprochen und haben dann den Mitarbeitern aus der Produktion, den Führungskräften aus der Produktion dann Individuals Coaching angeboten. Und wir haben sogar, als wir, als ich 360-Grad-Befragung angeführt habe, erinnere ich mich, haben wir das im Unternehmen zuerst mit den Meistern gemacht. Und ich muss dazu sagen, die Meister hatten ein solches Selbstverständnis, dass sie keine Angst davor hatten, in eine 360-Grad-Bewertung reinzugehen. Und diese 360-Grad-Bewertung haben wir dann auch zum Anlass genommen, entweder generell oder im Einzelfall, meistens war es im Einzelfall, über Mentoring und Coaching aktive Führungsunterstützung zu geben. Also auch da möglich, neue Führungsmodelle einzuführen und vielleicht auch mit einfach mehr Resonanz als anfangs erwartet. Gut, dann möchte ich jetzt ganz gerne zum Ende kommen. Herr Kast, vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr interessanten Impuls für das Thema Führung und im Zeiten des Wandels auch an die Teilnehmer ein großes Dankeschön, dass sie sich die Zeit für uns genommen haben. In diesem Zusammenhang möchte ich noch ganz gerne auf eine Anmerkung eingehen, eingehen, die auch im Plenum angemerkt wurde, und zwar wie ein Austausch zu diesem Thema möglich ist, ob das Next-Practice-Forum da etwas anbietet. Da würde ich empfehlen, dass sie sich im Next-Practice-Forum anmelden und auch als Kommentar zu diesem Impulsvortrag ihre Anregungen und Ideen und Fragen schreiben. Da können wir dann nämlich weiterführend noch Projekte zum Beispiel aufsetzen oder weitere Formate in diesem Sinne anbieten. Genauso können Sie das natürlich aber auch per E-Mail machen bei anderen Fragen, Interessen, Anregungen zum Thema oder auch andere Themenvorschläge per E-Mail an info at ddn-netzwerk.de. Und Sie haben auch erwähnt in Ihrem Vortrag, dass Neugier für Führungskräfte oder allgemein im Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Das war ein sehr, sehr guter Stichpunkt für den nächsten Live-Impuls, den wir hier im Forum haben werden mit Dr. Karl Norton zum Thema Neugier. Da werden Sie auch über unsere Social-Media-Kanäle und über unsere Plattformen die nächsten Ankündigungen finden. Das ist am 4.12., wenn Sie sich den Termin schon vormerken möchten. Ansonsten auch klar, alle weiteren Infos, Ankündigungen immer auf unserer Plattform und unseren Social-Media-Kanälen. Somit verbleibe ich mit besten Grüßen aus der Hansestadt Bremen, auch an Sie nach Freiburg. Herr Kast, vielen Dank nochmal. Vielen Dank, liebe Teilnehmer. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Dahin alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.